hallo ich habe mein geld abgegeben und ja das wissen wir schon sportwagen gut kickback habe ich eingesammelt ich kann jetzt natürlich noch hier und hier noch mehr geld dazu holen werde ich dann auch gleich machen wollte aber erst mal vorher das rennen fahren auch wenn ich jetzt in der straßenklasse unterwegs bin mit einem gepanzerten wagen fahr ich nur kurz dahin und lasse mir dann das andere auto liefern und sollte schon passen vielleicht kann ich eine blöde stelle für die anderen stellen aber ist mir ja auch im weg stehen und ich sehe gerade eine sekunde ein propaganda plakat könnte am wohnwagen da gibt es schon oh science and industry wofür auch immer das propaganda ist so so wie ist das eigentlich die ah die leuchten auch okay wunderbar ich würde normalerweise da ist ja die rennstrecke irgendwo kommt ja hier rum ich lasse meine karte einfach mal hier stehen moment die rennstrecke ach nee die wir fahren ja klar wir fahren ja auf der straße zwischendurch lang ja dann witzig wenn ich die außenspur tatsächlich blockiert bekommen würde ich bin im bayou und brauche was zum fahren ich bringe ihn dir sofort rüber mein lieber freundlich das ist klasse ich weiß dass du schätzt ich weiß dass du schätzt natürlich erstmal genau sport 2 ist jetzt nicht die große belohnung die folgen sind nicht so toll aber naja gut da hat einer den großen spoiler hinten drauf total hässlich gut das ist eine zehnte sekunde das ist nicht viel am start kann man die schon verlieren jetzt habe ich nicht ganz so viel gas hier noch was jetzt das richtige war gut war ich ja immer in den eigentlichen Burgen hier tja aber momentan habe ich eigentlich den falschen Reifen oder wie nein das ist nicht sogar ganz gut ich nehme mal an weil ich den als Borellbock nehmen konnte lief das so gut weil ansonsten wäre ich nicht ganz so gut an die Probe gekommen genauso wie jetzt es ist einfach oh ich konnte meinen Vorsprung halten zwei von drei oder ja Vorsprung Hauptsache ich habe die Zeit ein bisschen in ja es war definitiv das dass ich ihn als Borellbock nehmen konnte weil so brauchst du nicht weitermachen okay es ist es ist recht tricky tatsächlich es ist tatsächlich recht tricky und ich sollte mir das wirklich angewöhnen auf dem Weg zu fahren weil man hat hier zwar nicht den besten Grip überhaupt aber immer noch mehr als wenn man jetzt im Grün fährt das war nicht so optimal hier habe ich natürlich den absoluten Vorteil Street Reifen da muss ich echt vorsichtig sein bei diesen Hosen weil das ich bin mir nicht sicher ob ich das eher mit der Handbremse machen soll oder mit der normalen Bremse weil es einfach so ich weiß nicht ich würde einfach vom Gas runter gehen das geht auch und es klappt ganz gut ich komme sogar boah komme ich ja gut weg das Problem ist ich bin schnell wenn ich hier runter komme wirklich schnell ob das dann reicht wenn ich vom Gas runter gehe shit es reicht fast ich müsste wahrscheinlich noch einen Ticken anbremsen hang it hang it warum auch unbedingt ein Rennen auf Dreck warum auch unbedingt ein Rennen auf Dreck muss das sein das wird ja als schlechter mit meiner Startzeit was ist denn jetzt los oh das ist doch kaputt Startzeit mal schlechter so schlecht war ich an der Station auch noch nicht aber solange ich das irgendwie rausholen kann nicht ganz optimal ist da schon vom Gas runter ohne Kontakt mit dem Gas ein bisschen spielen und es funktioniert aber drei Runden lang das durchziehen da musst du echt mit dem Gas und dem Lenken spielen aber ich habe eine Sekunde raus über eine Sekunde wahrscheinlich um weiß ich nicht wie viel genau aber ich habe etwas rausgeholt das Problem ist eben jetzt dass ich noch eine wieder habe ich bin jetzt in der dritten Runde aber es funktioniert ganz gut tatsächlich gerade auch ohne Kontakt mit dem anderen eine Sekunde 29 vielleicht nicht ganz so weit vom Gas runter gehen soll aber ich sehe schon das Ziel ich sehe meine Bestzeit nein nein du klaust mir nicht den ersten Platz du kleine Drecksau oh wie mies oh wie mies der wollte mir noch meinen ersten Platz klauen hätte das die Macht wäre ich nur auf dem zweiten gelandet und dann wäre alles hätte ich Rekordzeit fahren können wie ich will da hätte ich den ach so hätte ich den Weltrekord setzen können in der Runde wie auch immer das dann funktioniert aber ich hätte es tun können und es wäre scheißegal gewesen weil wenn ich das weitergegeben oh null besserer Start wenn man schon mal einen guten Start hat aber wenn ich schon vom ersten aus gerüben bin wenn ich vom ersten aus schon gerüben bin dann kann es ja nur besser werden es sei denn jetzt natürlich ich würde irgendwo wieder einen groben Fehler machen ich aber nicht glaube zumindest ich hoffe da war er abseits der Piste ja 0,1 hundertstel runter oh da habe ich zu Dank für die Kurbel überhaupt Tatsache vielleicht bin ich ja besser hinten rausgekommen nein das war dagegen jetzt mal ob das nochmal die Bestzeit wird 17 Sekunden aufholen oh das ist sehr knapp Streckenrekord was ich war unterhalb vom Streckenrekord trotzdem und das ganz schön ne meine Zeit wow trotzdem der Mistrunde die ich jetzt praktisch gefahren bin bin ich nur dreihundertstel langsamer gewesen das ist echt das ist eindrucksvoll das heißt im letzten Stück kannst du einfach mit einem Sprint das ganze regeln verrückte Sache na gut auf jeden Fall habe ich jetzt die Sporträder Stufe 2 freigeschaltet hier wäre noch ein eine Sprintstrecke würde ich ja mal behaupten oder eine ja eine Sprintstrecke müsste das gewesen sein ich meine auf Sprintstrecken sollte ich ja einiges rausruppen können mit dem Wagen ich meine wenn ich hier ne lange gerade mit dem Wagen mittlerweile der hat ja auch einen ordentlich Zug wenn ich auch noch auf Straße ist ich sehe keine Probleme auf mich zukommen ich hoffe natürlich dass es dann eben okay es stockt leicht immer wieder ein bisschen ich weiß nicht ob er ist auf dem Treten aber der ist eben noch ja okay ja okay hmm die sind wir gleich ich muss mal achso die sind geradeaus nicht halb rechts das ist rechts Bayern das ist ja wohl Monopolis Station und direkt nebenan startet ein illegales Rennen 223 Heron 1 Aufkleber und Straße 1 nicht rennen Straße 1 okay legen wir los dann hoffen wir doch mal dass uns die amerikanische Flagge ins Ziel trägt äh wie geht das denn bitte dass du direkt beim Start schon Minispunkte bekommst ist doch nicht normal oder oh da unten gibt es einen schönen Turn nicht über die Rampe fahren das wäre echt tödlich jetzt vorsichtig genau das meinte ich man weiß nicht was da ist und das ist ein gemixt gemixt äh rennen mit verschiedenen untergründen asphalt und ähm schotter und eventuell auch irgendwelchen mist äh gemischt mal gucken ich bin von Anfang an schon äh positiv in der Zeit von daher mache ich mir da jetzt keine Gedanken um den Rundenrekord eigentlich nur allein der erste Platz wäre dann das Problem ist einfach du musst du tatsächlich bremsen ja du kriegst zwar nur drei Sekunden raus aber bei diesen drei Sekunden ist sie dann auch sicher rum es kommt eine S-Kurve die ich wunderbar meistern werde die Ampel war zum äh die Lampe war zum Gucken sie ist so stark befestigt 5 ah scheiße ich hab die Kurve nicht richtig erkannt immer noch 3,8 die ich vorne liege 1,2 oh klingt das abgewogen was 12 von 16 wo komm ich denn jetzt nicht überall hin kommt ne nein okay das waren das die Abkürzung die hat's in sich das also die ähm hat's echt in sich was ist das denn für eine Muscle-Kammer sieht auch interessant aus jippstoff 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 16 wow wow das war eine gute Zeit das letzte Mal nicht ganz so gut gegenlenken ist scheiße auch manchmal gegenlenken ist scheiße auch manchmal das war die S-Kurve ne fahr ich einfach auf die Gegenspur da hab ich ein bisschen mehr Luft wow shit war das knapp ok jetzt geht's hier leicht rum tja nein da war ja einer oh verdammt bin ich denn 7 mittlerweile vollidiot kann ich mir das auch mal leisten 6 so nein du mieser Kleiner ah jetzt wollte ich den abliefern und dann hat er mich mit rumgezogen das wäre so schön gewesen wenn ich den da einfach hätte äh stehen lassen können äh wäre der nämlich nicht mehr ins äh rennen zurückgekommen so was das mal bei der Startzeit sagt 17 sogar noch äh ne hundertstel besser geworden da an dem Abschnitt ist dann aber schlechter gewesen wie auch immer sowas funktioniert der Abschnitt war glaube ich besser ah wunderbar anbremsen und warum ah immer dieser Flisten da an der Ecke die könnte das ist immer so weigerlich dass ich da so gut rumkomme was ist denn für ein Straße schild gut gut ich habe auch kein Gas gegeben wenn ich da vielleicht noch ein kleiner Fehler jetzt aufpassen da kommt einer wenn auch nicht so direkt oh verdammt ich konnte da nicht so ein Mist den konnte ich nicht ausweichen links rechts überall war jemand so also erster weiß ich nicht ob ich das werde so und jetzt schön in der Kurve bleiben so gut es geht jetzt kommt eine lange zählende Kurve what the heck was geht denn bei euch was ist das denn was ist das denn so so Vielen Dank.